Hallo Leute und in... Was ihr hier seht ist eine Seite. Eine Seite erstellt von mir, betrieben von mir, geschrieben von mir. Ja, einige dürfte es wundern, warum ich schon seit längerer Zeit nicht so viele Videos schaffe wie vorher. Und hier ist die Antwort, weil ich eine ganz neue Seite plane. Und zwar nicht mehr die alte Jim DuPage, die ihr von mir kennt. Hier ist sie, zufällig noch offen. Hier, die alte Jim DuPage. Die alte... Die alte... Ich weiß, es ist ziemlich... Naja... Ziemlich... Es ist ziemlich... Läh, hier. Sagen wir mal so. Sie sieht nicht gerade Hammer aus. Nicht gerade Hammer. Hier ein bisschen da, ein bisschen da. Naja, das konnte ich jetzt nicht belassen. Und zwar bin ich jetzt hier, hier hingegangen. Habe mir ein komplett neues Image mit der Seite gemacht. Und zwar... Hier habe ich schon so einen Hintergrund erstellt. Sieht man ja hier. Und... Schon mal für... Ein paar Menüpunkte habe ich natürlich schon übernommen. Guckt. Hier, jetzt wird es spannend. Mein noch... Alter... Altes Homemenü hier. Ein kleiner Text. Hier, schon mal zur Vorbereitung. Es ist kein Vogel, es ist kein Flugzeug. Nein, es ist die neue Seite. Ja, so. Und hier nochmal eine Slideshow für euch. Mit den aktuellen Let's Plays. Wie Minecraft. Bleibt vermutlich eine lange Zeit aktuell. We Want You. Ist jetzt wieder mal so eine Aktion, die ich starte. Vielleicht hat man das auch mitbekommen, als man... Als man auf meinem Kanal war, wollte ich einen Let's Player suchen. Einen habe ich hier gefunden. Der Knabe treibt sich hier um. Hier herum. Und ja, wer hat auch schon mal so einen Kommentar hinterlassen? Sieht man? So. Und... We Want You ist dann sozusagen... Ich suche wieder Let's Player, die mitmachen wollen. Zum Spaß hier. Ist auch verlinkt. Äh... Ist auch verlinkt. Ist auch verlinkt. Hier ein großer Text. Muss nur etwas umgeändert werden. Das muss eine Überschrift sein. Hier. Hier und da. Hier. Comment. Hier. Richtige Hinweise. Hier. Text. Hier Build. We Build. Hier. The Secret of Monkey Island Special Edition. Mein aktuelles Let's Play. Und... Äh... The Second Guest. Auch mein aktuelles Let's Play. Und nicht zu vergessen, Minecraft, wie schon erwähnt, mein aktuelles Let's Play. Und alle sind verlinkt. In einer Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich sind auch alle anderen Let's Plays hier noch versammelt. Hier. Wo ich sie auch noch mal früher Let's Assassin's Creed genannt. Let's... Battle 3 Bad Company. Let's... Wenn ihr Menschen... Wird die... Die Let's Plays werden auch irgendwann fortgeführt. Hier. Dann ab hier. Let's Play. Assassin's Creed 3. Und so weiter. Aber das sollte uns jetzt nicht so interessieren. So. Und... Äh... Dann kommen wir mal... Äh... Nee. 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 Hier ist nur ein Überblick. Das sollte... Das soll eigentlich nur ein Überblick werden. Äh... Schott. Hallo. Hallo. Gehst du jetzt? Hallo. Yes. Es läuft irgendwie jetzt langsam. Hopp. Hallo. Hallo. Läuft irgendwie jetzt langsam. Hallo. 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 Aber let's play's. So. Hallo. 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 Ja. Das Internet läuft hier gerade ziemlich lame ab. Hallo. 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 Ja, 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 ziemlich lang, hä, äh, es dreht sich, dreht sich, dreht sich, ich weiß nicht wann es kommt, so, ah, hier sind wir jetzt, Games ist die Überbezeichnung, und hier werden dann Verlinkungen zu den einzelnen Spielen auch nochmal gebracht, hier und da dreimal, äh, zweimal sollte es werden, beziehungsweise, ja, nur zweimal, nach der Theorie dann, so, you want you, und hier haben wir auch nochmal eine Anfrage, die ich immer gerne gelesen habe, Wheel of Gaming, daraus habe ich jetzt Community Games gemacht, und zwar hoffentlich, ja, endlich, so, endlich auf Klick, so, Wheel of Gaming, Community Games, mit, ja, Community Games, auf höherem Niveau. So, so, hallo Leute, und, hallo Leute, und willkommen zu den Community Games. So, ich hatte die Anfrage, spielst du auch mit deinen Abonnenten? Oh, ja, ich spiel gerne, wenn ich, äh, erstmal im Aufbau bin, spiel ich gerne mit meinen Abonnenten, wenn ich da wirklich alles geschafft habe zu erledigen. Aber ich würde auch nicht nur mit meinen Abonnenten spielen, sondern auch mit Nicht-Abonnenten, die gerne mal spielen würden und, äh, nicht gerade Abonnenten sind, mit denen spiel ich natürlich auch, wenn die sich vorher hier im Kontaktformular anmelden, hier sieht man das Kontaktformular, hier hinterlasst ihr eure Mail, hier hinterlasst ihr euren Namen, Betreff habe ich schon selbst ausgefüllt, bleibt auch immer Betreff. So, und dann, vielleicht, wenn ihr Lust und lustig seid, hinterlasst ihr einfach so einen Kommentar, ja, wäre gut. Vielleicht so ein Feedback, äh, nicht Feedback, sondern ein Statement, wie ihr es findet, oder so. Feedback, ja, auf welche Ideen komme ich hier nur? So, so, und nicht wundern, was das hier ist, falls ihr es noch nicht wisst, das ist ein, äh, Spam-Schutz, damit man keine Spams hinterlassen kann, damit es niemand ausnutzen kann. Habe ich nochmal hier eingebaut, für euch speziell. Kleine Special. Hier, Anmeldung, speziell für die Administratoren. Tada! So, so, so. Und ihr, falls man, äh, meine Seite suchen sollte, das sollte ich euch vielleicht vorwarten, denn diese Seite ist noch nicht gerade so erschienen, im Google-Suche oder so, oder wo auch immer. Nee, diese Seite ist, ehrlich gesagt, noch geheim. Ähm, ich habe den Link überhaupt noch nicht verbreitet, außer an das Bürschchen hier, ja, der hat den Link zu dieser Seite. Und, ja, dann sage ich mal, sehen wir uns im nächsten Let's Play und irgendwann wird diese Seite auch veröffentlicht, wenn ich alles geschafft habe, was ich will. Ja, wenn ich alles geschafft habe, was ich will. Wie zum Beispiel, so, welche mega langen Texte zu schreiben, zu einem so mega langen Spiel, The Second Guest, äh, mega lange Texte. Nee, aber ich mache das auch schon so gerne. Hat sich irgendwie eingegliedert, wenn ich meine Lust und Laune habe, schreibe ich einfach ein bisschen herum hier. Ja, aber das könnt ihr irgendwann später herausfinden, wenn ich den Link wirklich mal auf meiner Seite veröffentliche und nicht wieder immer alles, äh, naja, nicht immer alles hier hinschreiben muss. Äh, hier hinschreiben muss. Den Text sollte ich auch irgendwann wieder aktualisieren. Ja, sollte ich mal. Wenn ich, äh, Lust und Laune habe. So, also dann sehen wir uns in einem Let's Play und bis bald.